Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genshin Impact mit eurem Sony Styles Gaming und ich habe einen Gast dabei, der liebe Xokroboss ist auch da im Video. Wir machen heute die Story, wo ich Ewigkeit gesagt habe, ich mache die Story, ich mache die Story und habe sie, glaube ich, einen ganzen Monat lang, wenn ihr dieses Video seht, nicht mehr gespielt. Gut, dann gehen wir mal hin und gucken wir mal, was sie uns erzählen hat. Ich habe uns noch ein bisschen kleiner gemacht, wegen Text. Oh, was für Text? Oder Titel. Oh. 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 Das hat gar nicht jetzt gepasst, jetzt gerade bei dem Text. Sorry, ich bin halt woanders an der Story schon. Ja, ich tue das an. Ja. 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 Oh. Oh. Ich tue, ich tue das. Wie ich das neue Outfit wünsche. Das ist das erste Mal, dass mit irgendeiner Story dein Hu Tao dabei hat. Tatsächlich. Also für die Leute, wo ich denke, was er redet, er ist weiter wie ich. Also, ich bin doch am Anfang. Sorry, dass ich das erste Mal Hu Tao in dem ganzen Spiel zu sehen bin. Als NPC. Alter, ist der Mann da drüben, Dick He. Mein Mann. Wuh. Bei der nächsten Ziehung habe ich eine Hunderter Pity, Alter, geil. Hahahaha. Weißt du, was geil wäre? Wenn ich Song Lee ziehe, kriege ich dann Song Lee, eine Hu Tao und eine, wie heißt sie? Und, äh, Yun Jin auf C1. Die drei. Das wäre so OP. Oder Random Gun Yuu, das wäre doch bescheuert. Das geht auf mich, das alles. Das geht auf mich, das alles. Äh, welcher Sprache hast du drinne? Äh, wo die Charaktere reden? Ja, ich hab die japanische Ich hab das englische Ich auch am Anfang, aber irgendwie hat es mir eine Zugfalle so Mit der Zeit Ich hab eine schlimmere englische Version gehabt schon Da hab ich dann auch auf die japanische umgeschalten Aber wo ich fast 5 GB runterlade, ey, von einer anderen Sprache Naja, das Spiel besteht ja größtenteils nur aus Storylines, die ja auch irgendwo alle Text haben Koreanisch kann ich ja mal runterladen Da fände ich chinesisch interessanter als koreanisch Schon mal einen chinesischen Anime gesehen? Wenn die chinesisch reden? Ja, öfters Nur mit deutschen Untertiteln Ich hab viele japanische Animes angeguckt Ja, japanisch und chinesisch ist nicht das gleich so Am meisten waren es, glaube ich, japanisch und ein paar waren chinesisch Also beides so, kann man sagen Okay Die meisten mögen chinesische Animes nicht Ach, Schene ist da Schade, weg ist sie wieder Warum können die nicht Zonglied oder Shotao aussetzen? Das wird doch viel mehr Spaß machen Weißt du, was mich nur ein bisschen triggern tut? Die Stimme von Paimon Am Anfang war es cool von der Stimme her, aber jetzt nervt es schon ein bisschen So ein bisschen als Hintergrund bist, ne? Äh, Paimon hat die gleichesten Grundsprecherin wie von Kakuya Love is War, Kakuya Oh Gott, okay Nice Oh, ich bin mal das Gesprächsachere Von Schene Ich bin mal das Gesprächsachere Ja, wer soll die Damn Er ist gestorben und hat die Show Das ist gestorben und hat die Show Heißt nicht, Pingelig? Da steht Pingelig ah ja, egal deutsche Übersetzung gucki 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 sie holen ja echt Adel-Lio-Charakter rein ja, feuerberg gucki 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 Was, die esst nur Quinking, Glaslilie und Glasklöckchen? Wie kann man sowas essen, ey? Mit den Stimmbräutern. Aha, alles klar. Und hab wieder meine Hutau. So. Es tut ja schon weh. Ich, ich nehm zwar auf, aber ich bin immer überlegen, was machst du ganze Zeit? Ich sag, wir haben jetzt Geräusche im Hintergrund. Also, ich bin mal gespannt, was die, was die, was die Zuschauer schreiben. Was macht denn der für Geräusche im Hintergrund, ey? Dann bitte einfach meinen Stream anschauen, dann versteht ihr es. Leidet mit mir. Weil das Problem ist immer, das Problem ist immer so, ich weiß nicht, ob das ein Problem wäre oder sowas, aber ob man anderen Streamer mit seinem eigenen Stream zugucken darf, will ich nicht ausprobieren. Ich glaub, das darf man, glaub ich, nicht. Von Twitch her. Man kann zwar einen raiden, aber, glaub ich, andere darf man nicht zugucken. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber es gibt ja die Host-Funktion. Ja. Ich raid am, also ich raid oder host am meisten, wähl's, aber man sieht's im Stream nicht, weil ich immer das Fenster auf der linken Seite vom Bildschirm mach. und nicht auf meinem Hauptbildschirm. Da, wo sie jetzt grad spielen, mein ich jetzt. Hm, wie krieg ich jetzt noch ein bisschen Ausdauer zusammen? Dann war's das wohl, da geh ich ja nicht. Dann schmess es. Hallo, Angel. Bibi. Nicht wundern, wir nehmen, ich nehme grad für YouTube aus, deswegen spielt sie Story und der Zuckrobos ist ja auch nur da nebenher. Deswegen sind wir so klein. Wegen Text. Ich mach jetzt momentan bei Genshin, bei YouTube sowieso jetzt Monat, äh, Monat Pause. Erst im Februar geht's wieder weiter. Ich hab so viele Videos von Genshin, hör auf. Ich hab insgesamt, äh, Zuckrobos, hab ich glaub jetzt über 130 Videos nur von Genshin von der Story. Allein. Ja. Ist schon viel, viel. Ja. Alles gut. Ja, ist doch alles in Ordnung. Ja. Die ist auch, äh, auch lang die Story. Ja, das weiß ich, Angel. Ich hab viele Storys schon bei Genshin gespielt. Ich weiß, dass mehr, mehr Text und mehr zu lesen und viel bla bla als Action. Das war schon klar. Das weiß ich. Aber die eine Story, wo ich gespielt hab, ne? Für, äh, im Story, ne? Das war der epische Kampf da in der, ähm, bei Ningguang oben im Himmel da, gegen die anderen Farmen-Dinger da. Weiß nicht, ob du mal gespielt hast. Ganz am Anfang war das. Hab mit der Neue auch noch nicht angefangen. Die Endquest von Ningguang. Oh, da ist aber noch was vor dir. Angel? Hm. So, Robos müsste, glaub ich, jetzt auch fertig sein mit der Story da von Ningguang. Glaub ich. Ne, Guang meint, wird die, äh, Siada gemacht? Da, wo es bei dir in der Welt war, wo ich sie gesehen hab, wo ich gesagt hab zu dir, guck mal, da ist sie. Oh. Ganz, grad, grad vor ein paar Sekunden. Jetzt bin ich hier mit Jane unterwegs. Ach so, du meinst, sie soll grad eben... Ja, 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 ja. Ich hab meine erste Zwei Feuer weg. Also, ich mein, die jetzt vom Laternen-Ride... Ja? Doch, die isch... Die isch da. Äh, Angel, das mit nem Laterne fest. Das ist jetzt... Das kannst ich machen. Die kann man machen. Aber ich hab's aber noch nicht gemacht. Mach erst die Story jetzt. Ich weiß nicht, wo das Feuerwerk drin ist, wo ich gebaut hab. Was? Was? X-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x. Dann schau ich's heute Abend vielleicht mal rein. Ja, kannst du mal gucken. Ich muss... Ich kann nicht so lang machen heute. Leider. Wenn ich Urlaub hab, ja. Ja. Oh, das ist schon fast, wenn ich mich noch mal. Ja. 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 Also, keine Ahnung, wie man das Feuerwerk herstellt. Ich habe zwar perfekte Qualität, aber... Hm. Ah. Ich kann hier schon alles sammeln. Okay, neuer Auftrag. Vielleicht habe ich ja doch ein Händchen dafür. Dann machen wir mal... Komm... Komm drauf an, für was du das Händchen brauchst. Hab Hustet, Entschuldigung. So... Sag da nix dazu! Ich habe gerade so ein bisschen angedeutet. Komm drauf an, für was du das Händchen gebrauchen kannst. In Anführungsstrissen. Händchen. Wie du gerade gesagt hast. Ich habe ein Händchen dafür. Hast du gerade eben gesagt. Gekonnt ignoriert. Genau, Angel. Klar. Ich werde immer ignoriert. Keiner liebt mich. Hm. 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 Ah. Ah. Schade, es ist wahrscheinlich wieder Traveller. Ich finde es ein bisschen doof gemacht irgendwie. Bei manchen Sprechsequenzen, dass man nur den Traveller sieht und nicht mein Lieblings-Char. Hut hau. Nein. Na ja. Oh. Oh. Oh nein. Ich habe doch geholfen, das aufzubauen. Lass mich mal weiter suchen. Ich weiß nicht, was ich heute kommt. Ich verstehe. Die Leute, bitte ruhig, bitte. Ich bitte, bitte. Ich dachte, dass ich heute hier bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich möchte, aber... Yukuaki! Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht? Ich weiß nicht. Nicht, dass da irgendwie so eine Szene vorkommt und ich muss einen Balken davor machen. Das wäre assi eh. Ich muss das Video noch extra bearbeiten. Aber ich denke mal, wenn sie Klamotten anhaben und es ist nichts, irgendwas zu sehen, dann ist es, glaube ich, normalerweise egal. Ein bisschen Gestirne hier, ein bisschen Gestirne da. Ich hoffe, du hast viele Piepser. Was? Was meinst du jetzt? Was für Piepser? Was meinst du? Naja, ich weiß nicht, wie es vorbei ist. Ich glaube, ich habe auf YouTube schon so manche Sachen gesehen, da wird das dann auch egal sein. Hä? Okay. Angel schreibt mal hier gerade, in China wurde die ja jetzt zensiert. Ja. Bitte kein Spoiler, das wäre sehr, sehr nett. Ich würde es ja dann sehen. Was möchtest du denn gespoilert haben? Gar nichts. Ob ich das schaffe? Am besten gar nichts sagen. Ich sage mal so. Drei. Drei. Ich glaube, das wird ein langes Video, ey. Boah. Boah. Oder ist für einen neuen Rekord aufstellen. Ich finde sowieso ab und zu, das nervt mich auch, wenn du ein Anime oder ein, äh, meine übrigens, die Outfits. Ah, okay. Toll. Hä? Ja, das weiß ich, dass die Story immer lange dauert. Das ist mir schon klar. Bitte den Annähern, glaube ich, in der Hälfte davon. Pff. Oh, das sank doch nicht. Da war der Anlauf wohl zu kurz. Achso, hast du mir das Ding geschickt ein? Achso, du streamst ja selber. Na, okay. Was, ja? Ich hab's ja noch nicht geschickt. Okay. So, hat der neue Rekord aufgestellt. Wir sind angekommen, ohne Boden zu berühren. Xinjiang Qi. Ach, wie heißt sie doch? Xinjiang Qi. Ich sag einfach noch Xing dazu. Mir ist einfach so doof, die anderen drei Buchstaben zu lesen. Ah, die heißt, die heißt. So, okay. Äh, jetzt haben wir woanders hin. Och, Menoy. Xinjiang. Aber ich glaube, bei einem Charakter habe ich wirklich Problem, den auszuspressen. Ähm. Das ist Kasua, ist ja nicht schwer. Huta, auch nicht schwer. Barbara, auch nicht. Songli ist auch nicht schwer. Irgendein Charakter war das, glaube ich mal, wo ich es nicht besitze, tut. Der kann ich kaum, der kann ich gar nicht ausspressen, ey. Yunjin zum Beispiel schreibe ich immer falsch. Wenn jemand einen Streamer mal schreiben will, weißt du, Yunjin schreibe ich immer zusammen, was eigentlich nicht zusammen gehört. Oder ich schreibe statt Yunjin, statt bei mir J, mit mir andere Buchstaben. Und deswegen denke ich mir immer so, wenn du dann auf Enter drückst und sendest dann im Streamer, dann denkst du dir dabei, scheiße. Hm. Das war jetzt nicht so gut. So, was kommt jetzt wieder. Wie, ich hab eins. Cool, ich will es auch nutzen können. Außerhalb dieser Storyline. Okay. Hm. Ich bin der Käpt'n. Ach so, gern. Ach, jetzt haben die da auch noch hinzugefügt? Cool. Das Update kommt nur ein bisschen zu spät. Ich bin der Käpt'n. Ich bin der Käpt'n. Oh, Stufe 90. Ähm. Ja, das könnte. Ja, wie gesagt, Leute. Wir machen hier einen kurzen Cut. Und ich glaube, bei dem. Weiß nicht. Ich starte jetzt mal. Herausforderung starten. Wenn das irgendein Kampf ist oder so, dann werde ich das dann splitten. Dann, weil das ist ja Quatsch. Das hat ja nichts mit der Story dann zu tun. Schauen wir mal. Bis jetzt gab es keinen Kampf. Okay, ist eine Szene. Gut. Weil, was ich lustig finde, wenn ich auf YouTube, äh, hochlade, ne? So, grob aus. Ähm. Kommt dann die Benachrichtigung. Ja, wegen, wegen, äh, wie heißt das, ähm, Beschwerden wegen Ohrhaberreste, ne? Und, und dann, zwei Stunden später ist das, ist das weg. Hä? Vielleicht, ich glaube, YouTube kommt momentan nicht richtig hinterher. Weil, ein Video habe ich auch, Gamer-Freie, ja, benutzt. Erst hat er auch gestanden. Ähm. Beschwerden wegen Ohrhaberreste und dann, wo es hochgeladen war, auf Privat, komplett, war das weg. Ich weiß, ich weiß nicht, was die da machen. Aber hier bei denen muss ich noch mehr aufpassen bei Twitch, was du aufzeichnen tust. Nicht nur Musik. Ich sag mal so, wenn ein Streamer zu, man kommt und der flucht ein bisschen, dann muss ich den Channel auf FSK 18 stellen. Also, Kennzeichen. Hä? Ihn auf FSK 18 zu stellen? Nein, ich meine vom Titel her. Ach, jetzt, muss ich jetzt die... Ach, nö. Muss ich jetzt wirklich darüber? Nein, das ist ein Eis. Oh, jetzt gehe ich mit Shani dahin. Cool. Hä? 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 Tod Durst, Feuerwerk. Hehe, ich will nochmal. Ey. Ah, ich muss die Dinger bestimmt hier einsammeln oder so, wie die heißen. Was muss ich hier machen? Jetzt muss ich... Du musst jetzt einzeln immer alle aktivieren, oder was? Ich verstehe. Ah. Da. Willkommen zurück. Lars. Okay, ich hab's verstanden jetzt so ein bisschen. Oh, die ist leer. Ah, 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 ah. Bam, pa-dam, pa-dam. Ah. Der schleichende Tod. Hä? Wo bin ich denn? Lol. Ah, da. So, Leute, wir machen hier eine kurze Pause und ich... Zuckrobos, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz auf die Toilette. Alles klar. Okay. Alles gleich. Ich gleich. Ich glaube, ich muss meine Cheen-Level gehen, dass sie mehr hielt. Immer. Ein Healer hielt immer zu wenig. Ja, das ist eine Möglichkeit. So, jetzt mach mal diesen Typing mal platt. Jetzt haben wir das richtige Team da. Okay. Da braucht man noch nicht ganz so viele Bücher. Okay, muss ich dann mal gucken. Jetzt wollen wir aber ein Rekord. Alter, Schwede noch. Okay. Ja. Das ist toll. Okay. Jetzt kommt es noch ein Rekord. Bareuch. Das ist toll. Ja. Sooo. Runde 2. Okay, geschafft. Oh. Ja, Maiden Set hab ich bei ihr schon drin. Einfach die ganzen Gegner wegmachen, eh. Äh, kurz warten. Ich besiege den Markat noch kurz. So. Ja, ich sa. Jetzt weg. So. 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 Oh, das war nicht nett. So, jetzt haben wir den Kugel. Ihr untangbares Pack. Alles klar, ey. So, muss jetzt glaube ich der Popf zu sein, ey. So, kommt noch irgendwas, oder? Ah, fertig. Oh ne, noch ein Riese. Voll den Respekt vor Baidu. Ah, das ist nicht schlecht. Ah, das ist nicht schlecht. Ah, das ist nicht schlecht. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was haben wir alles? Zwei, vier, hier haben wir noch was. Oh Mann, bin mal richtig gespannt, wie lang die Story noch geht. Jetzt habe ich gerade eine halbe Stunde aufgenommen, 32 Minuten oder so. Und immer noch nicht fertig. Und wie ich hier alles habe, mache ich mal Gene auch. Alter, war das ein bisschen komisch. War das wie eine komische Kombination. Beide Monster sind in dem Moment gerade gestorben, ne? Ich glaube, ich habe für die Story 1 bis 2 Stunden gebraucht, glaube ich. Das sieht besser aus. Wechseln, verstärken. Wie viel hatte das? 3, 2 und dann habe ich 2, nein. Das wird ein bisschen besser danach. Geht mal hier mal noch ein bisschen was dazu. Kommt noch so ein Riese, ey. Mann. Das war... Alter! Geht's noch? Hier hätte ich auch noch einen... Also ich könnte einen 5er Madeset reinmachen. Boah, ey. Ich glaube, ich haue schon so ein Zehntausendmal auf dieses blöde Ding rum. Und nochmal Angriff 27,7. Das fehlt jetzt halt immer der Grund. Weiter, das ist nur so eins. So, heilen. Heilungsbonus, da haben wir es doch. Wechseln, verstärken. Rinn mit. Genau, deswegen wechsel ich das jetzt. 19,1% Heilungsbonus dazu noch. Nehmen wir den hier noch mit. 4 Sets hat's auch schon. Keine Verteidigung drin. Das ist eigentlich so traumhaft. K.T. hoch, Elementarkunde hoch. Geo-Siegel. Okay. Ähm. Ja. Puh. Ah, Angriff, Prozent. Angriff. Ja, deswegen will ich immer gucken, dass der Angriff hochkommt bei ihr. Das heißt, im Moment haben wir einen Angriff von tausend. Ähm. Äh. Äh. Hochstuten. Wie viel braucht es dann? Wobei, ich muss ja eigentlich keine von denen ausgeben. Ich kann ja die hier nutzen. Ach, 20 Stück noch weg. Ach, okay. Okay. Jetzt haben wir tausend 111 Angriff. Hm. Ich werde die auch auf 70 lassen. Ich habe die ja die ganze Zeit auf 60 gelassen gehabt und immer mit dabei gehabt. Als Healer. Heilungsbonus 45,2%. Aufladerate 158. Ja. Das einzigste wäre halt... Ah. Wenn wäre der hier noch, weil er Prozent und Normal drin hat. Aua. Aber ich habe nichts, um die hochzuleveln, die Feder. So. So. 69 und auch 70. Hm. Wir wollen ja schnell die Ultbieder haben und heilen können. Bist du jetzt fertig? Bist du das faire? Fertig, danke. Ah, das Peimund redet, unredet, unredet. Ich will die Sphäre verlassen. Sie redet, unredet, 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 unredet. Ah, jetzt hat sie aufgehört. Sehr wahnsinnig. Hier hin, 300, wie viel Meter? Ah, cool. Da fliegen wir mal hin. Ich müsste eigentlich die Story jetzt bald vorbei haben, wenn ich mich nicht verrechnen habe. Das sind jetzt, glaube ich, schon 42 Minuten. Warum das denn? Man kann alles deinstallieren. Hä? Ah, okay. Es ist nur meistens die Frage, wie tut es, D zu deinstallieren? Um was geht es bitte bei dir? Ich sehe es ja nicht. Jemand hat geschrieben, lustiger Funfact. Man kann Genshin nicht deinstallieren. Wer sagt das? Nicht mehr über das Systemsteuerfonds. Also bei mir geht es, könnte ich, aber ich mache es nicht. Weil ich viel zu weit bin. Ähm... Ja, ist ja egal, ob du Genshin löscht oder nicht. Du hast ja das alles mit dem Konto verknüpft. Nicht auf deinem Rechner. Eben, das wird alles bei dir auf deinem Account gespeisert. Egal, ob es deinstallieren tue oder sonst ein Six. Ja. Hallo, Etienne. Höh. Aber Genshin Impact taucht wirklich nicht auf in der Epson Futures. Ich weiß gar nicht, kann man es über Ubisoft direkt runter... Warte, ist es Epic oder Ubis? Epic. Was? Was denn? Genshin? Doch, bei Epic kannst du runterschmeißen. Epic habe ich es auch, aber ich habe es nicht runtergeladen, weil ich das Spiel so installiert auf der Webseite habe. Also der Launcher. Achso, ich habe es über Epic runtergeladen. Ich nicht, ich habe den Launcher runtergeladen auf der offiziellen Webseite. Ich habe es zwar auf Epic Games, aber ich habe es nicht installiert, weil ich es hier auf dem PC habe. Der Launcher. Aber wenn es für Epic ist, kannst du es trotzdem deinstallieren. Ah, okay. Kann sein, dass es auch über das runtergeladen hat, nur dass es in die Liste bei Epic einfach reingemacht hat. Ja, ja. Oder ich habe es direkt bei Epic runtergeladen, weiß ich nicht. Aber stimmt, es ist wirklich eigentlich nicht so einfach, wieder runterzukriegen. Keine Ahnung. Ich habe das Problem. Ich habe es ausprobiert. Das Spiel. Beginnst du einmal, dass du nie wieder aufhörst. Oh, hm. Das ist jetzt natürlich sehr schlecht. Das ist sicherste Weg, irgendwas wieder gangbar zu kriegen, ist eine neue Installation vom PC, aber das will ja keiner. Mhm. Mal hoffen, dass das wieder schnell gut funktioniert. Und Etienne, nein, ich warte auf den nächsten Banner mit Yalmiko. Weil so eine Kitsune als Streamer sollte doch auch eine Kitsune als Spielbahn-Charakter haben. Warte, sind da alle? Nee, ich habe genau den rausgepickt, wo er im stärksten ist. Wo ist die, hier ist die Feuerwerkskiste. Oha, wie er geht ist der gerade gewesen? Ja, kann ich verstehen. Jo, alles klar. Schlagt einfach mal neben mir den Blitz ein, alles klar. Ich habe ihn reingepackt. Scheiße, ich habe ihn wieder rausgepackt. Wie, dass er noch mehr Gegner im Anmarsch ist. Nein! Cool, er ist gestorben. Alter! Mit 20% fest. Also, das Unwetter bei der Story, das ist ein bisschen gefährlich. Immer neben mir du den Blitzeinschlag immer. Machst du nicht alles, drei Sorry-Teile vom Event? Ich? Ja. Ich mache jetzt hier die von Ningguang gerade. Achso, ich weiß nicht, warum du irgendwo dann mit Blitzen bist. Das Wetter? Das Wetter stellt sich doch immer automatisch um. Regen, Glitz, Sonne. Strahlendes Sonnenschein mit ein paar Wolken. Na gut, dann machen wir mal zurück. Das mit dem Laternefest, das nehme ich nicht auf. Das ist separat. So mache ich das. was? Achso, du machst dann gerade auch vor das Jahr da gemacht, oder? Wenn du kein Laternenfest machst. Mach ganz Zeit schon, also. Das mit dem Laternefest, das mache ich außerhalb. Das mache ich so im Stream. Nehmen wir nur die Story auf. Ja, das ist auch begonnen. Aber es ist echt interessant, dass es halt wirklich nicht deinstallierbar ist über einen normalen Weg. Aber klar, deswegen hat man das auch niemals irgendwo auftauchen sehen, wenn man auf die Windows-Taste und Genshin Impact eingibt und taucht das Spiel nicht auf. Man muss immer über den Launcher das Ganze starten. In dem Sinne, es ist halt echt ein großes Buggy Game. Aber komischerweise hat mein Kollege auch geschrieben, er hat es bei Epic runtergeladen und dann kann er es nicht runterwerfen. Aber wie gesagt, ich habe es zwar auch, aber ich habe es nicht installiert und ich will es auch nicht ausprobieren. Deswegen habe ich mir den Launcher geholt auf der offiziellen Webseite von MiHoYo. Ja, da kannst du es nicht mehr danach installieren. Doch, kannst du. Habe es mir mal ausprobiert. Laut. jemanden bei mir im Chat funktioniert das nicht mehr. Das Einzige, was bei mir drin bleibt, ist die Ordner, wo eben die ganzen Dings gespeist ist. Das ist das Problematische. Weil so lange die nicht weg sind, wird bei einer neuen Installation das Ganze angezeigt, dass er immer noch deinstalliert ist. Okay. Ob ich noch kurzartig nie Probleme gehabt, die Ordnung. Das heißt, im Endeffekt bräuchte man ein Tool, was genau weiß, wo die ganzen Genshin-Impact-Dateien gespeichert sind und Systematik alle runterlöscht. Ja, ich weiß ja, wo Genshin gespeichert ist. Nicht auf der C. Ganz bestimmt nicht. Ja, auch ein Teil ist auf C gespeichert. Bei mir nicht, ich habe alles bei D gespeichert, außer Hongkai. Ja, das ist da, wo der Hauptspeicher alles abgespeichert ist, aber du hast immer ein paar Registrierungseinträge und so. Die können nicht auf D abgespeichert werden, weil die zu deinem Betriebssystem dazugehören müssen und deswegen sind die auf C gespeichert. Mach mal erstmal hier ein bisschen Platz. Ich finde der Name viel zu lange. Fürst in der stehenden Wolken und des stillen Windes. Oh. Noch langerer Name geht's nimmer. Länger geht immer. Immer. Hätten wir einfach eine Fürstin, der stehende Wolke und die stillen Wind ist einfach der Hätten Hätten drehen sich drei Stück. Wir haben das Kreis äh Trio. Oh, er will auch mal. Ah, verdammt, ich hätte es, bevor ich es aktiviert habe, machen müssen, dass der erste Boost mitkommt. nichts gesagt, er hat Das heißt, wenn er nicht Ryo-On-Shak-Hoh-Shin-kun ist, dann der Shinkaku nicht. Nein, es ist nicht Wenn die Wara-Wa kam, der Ma-Zin-No-Ensa war nicht. Er hat den Shinkaku war nicht. Es war ziemlich 危険 Situation. Warum so 小er ist Nein, ich hatte doch Old. Ich hatte doch gerade meine Old. Hallo, jetzt wächst man auf bei Du. Wara-Wa Wara-Wa da. Es war Schinkaku nicht. Es ist Kness nicht. Das war's für heute. Huch! Das war das jetzt komische... Ups! Der Text hat grad... Der Text hat bisschen gestoppt. Ja. Die Storys sind schon lang, aber die wäre so dermaßen in die Länge gezogen. Na. Sag mal, Angel, wenn ich mal jetzt zusammenrechne, ich nehme jetzt schon auf, ja. Erste Hälfte, 32, jetzt 25, jetzt bin ich locker. Bei ihnen geht es grad über eine Stunde jetzt. Und es lacht einfach weiter. Nein. So, jetzt haben wir endlich alle fünf besiegt. Und das mal weitermachen können, müssen wir, dass das mal heimgehen. Bissl kommt doch was auch nööööö. Oh. Brrrr. So, neuer Versuch. Man kann sich ja leider nicht direkt hin teleportieren. Das geilste ist ja, gell, meine Genshin-Videos werden schon ab und zu gefeiert und ab und zu, es haben schon ein paar geschrieben, das ist extrem lange, jede Folge und so. Ab und zu 35 Minuten und die letzte, die es hochgeladen hat, die geht eine Stunde 35 und geschnitten. Aber wie gesagt, es ist ja kein Zwang, dass man es komplett angucken muss, also jeder seins überlassen, ne? Acht bis zwölf, dann machen wir das schnell mit der Uhr. Entschuldigung, Paimon, das ist nämlich beim Schwätze gerade abgebrochen. Äh, acht Uhr sechs. Machen wir das schnell mit der Uhr vor, geht viel schneller. So. So, und Szene. Na komm, put 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 put. Wie kann die auf dem Wasser stehen? Los, fahr rein? Hoppala. Ja, das waren davor fast 200 weniger, wo die gehielt hat. Da macht schon einen guten Unterschied. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist ein bisschen zu Ende. Aber ich glaube, dass ich ein bisschen zu sehen. Ich bin nicht zu, weil ich mit einem Freund zu beherren. Ich bin auch ein bisschen zu bedanken. Meine Damen und Herren, ich habe viele Leute mit einem eigenen Mann. Ah, da ist die Christa. Ah, da ist die Christa. Ich finde, bei manchen Charakteren, die Stimme finde ich, ähm, bei manchen Charakteren und den Stimmen finde ich, sie ist sexy und ab und zu ein bisschen gruselig. Ja, weißt du, bei Manze, bei Paimon zum Beispiel, das ist ja eine Fee oder ein, was weiß ich auch immer, ich denke mal, es ist eine Fee und generell dieses, dieses Gequitsche, die bei so komischem reden. Oh, das ist ja schlimm. Cool, mehr war es ja nicht. Dann gehen wir mal weiter. So, komm mal. Hallo. Alter, das müssen die Leute nehmen, wo das Video angucken, Alter, was der Beklopter. Hä, Baidu ist auch da und, äh, die Leute wollen nicht kennen, Paimon. Alles klar. Nein, das ist geil. Aber die Kombi, die Kombi ist richtig geil, wenn du Farmen tust und die Gegner sind nicht aufs Eis. Das heißt, die Kombination Barbara oder sprichst ein Wasserchar mit Eis ist eine gute Kombi. Genau wie mit Elektro und Wasser ist auch eine gute Kombi. Jetzt stehst du hier in der Story da mit Yun Jin, Baidu und Shene. Ha. So. Oh. Oh. Ach so, ich hab schon noch eins. Ich glaube, wenn das so weitergeht, werden das drei Videos, ne? Ich bin jetzt schon über eine Stunde. Was Speiserproblem ist das bei mir nicht? Ich bin jetzt schon über eine Stunde. Das war's für mich. Keine Ahnung, ob ich mich... Weiß ich nicht, Angel. Angel schreibt mir gerade hier während dem Stream und während dem Aufnehmen. Mal sehen, ob du heute im Stream noch fertig wirst damit. Hm. Ja. Mal schauen. So, damit ist er auch weg. Mal schauen. Wie gesagt, wie das vorbei ist, mache ich den Zuckrobos und mich wieder größer. Wegen Text habe ich es jetzt nur kleiner gemacht. So, wo geht es als nächstes hin? Hier zurück. Ich möchte noch, wie viele wir machen lassen. Das ist ein einziges Vorbild. Wo ich es mit einem der Stream angeguckt habe, ne? Wo die Charakter vorgestellt habe, ne? Wo Junjin anfangen hat zu singen, aber gedacht, ach du meine Güte. Oh, das ist gut, oder? Wie soll ich es tun? Wo ist es? Wo ist es? Diesmal sind, oder? Wo ist es, wo es den Z순� килommern Jedhaar? Wo ist es denen, wie es die Einbergeinigung genutzt? wo ist ein Liegen, wenn du innen, dann zum Beispiel ein wenigstum. Wo ist es aus? Wo ist es den Zun? Soll ich mich... Wo sind die Schelle? Oh, da bin ich nicht aufgepasst. Okay, das ist alles gut. Dann gehen wir hier wieder an. Wir werden die beiden auf die Begriffe sein. Dann gehen wir weiter. Wir sind auch wieder weg. Oh, das stimmt. Was für ein Wunkin? So... Upsa! So... ... Alles klar... Och, immer noch nicht fertig! Och, Mann, okay, das gibt es doch nicht, ey! Ah, wünf, wünf, was, was... Was ist das jetzt für ein Ding? wenn der staub was in der staub der vergangenheit erzählen könnte okay keine ahnung weiß ich nicht so jetzt habe ich den auch nicht aufträge nein nein ich habe wieder acht aufträge zusammen einen schlüssel mitnehmen ich habe noch den auftrag von shogun raiden frei hutau habe ich schon ich hoffe dann kommt ja ein mikro aufrecht noch dazu und dann kann ich die irgendwann mal noch abarbeiten ich habe mich über die feldinie und dann habe ich mich über die feldinie natürlich kann ich das machen ich habe mich über die feldinie ich habe mich über die feldinie Äh, falsche Richtung. Angel, willst du für mich weiterspielen? Nee, das war sogar die Richtung. Hm, ah. Äh. 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 Nein, jetzt noch gegen Gespenstercamp. Jaaa! Das war eigentlich nicht so auf meiner Tagesliste gesessen. Das ist ein bisschen schrecklich. Nee, nee. Da musst du es alleine durch. Mann, oh. Äh. Ah, mein Stuhl ist so laut. Das hört man Gott sei Dank im Stream. Äh, 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 äh. Knack. Yay, da kommt sie. Ah, das sah nur komisch aus. Ah. Nein, sie sind von vorne gespawnt. Ah. Gut, wir machen einen anderen Plan. Okay. Okay. Och. Hallo. Ähm. Ja, ich so. Äh, hier rum. Juhu! Ja, ich so. Hoppla. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der Text schon. Göttlichen Jungfrau der Verwüstung. Hehehe. Okay. 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 So. So, sammeln wir hier mal weiter. Ja. 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 Jung-Shin, bitte keine Geschichtsstunde jetzt. Ah. Ah, 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 warum denn das? Das war's für heute. Cool haben wir jetzt alle. Da geht es hier mit dem nächsten weiter. Ah, hier, ich habe natürlich komplett versorgt den Anfang wieder. Ja? 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 Okay. Okay. Ich habe, glaube ich, von denen immer so Haufen gesammelt oder so. Okay, da ist eine zweite Mission. Gucken wir doch mal, wo die jetzt ist. Hm. Wenn es auch wirklich der richtige Mission ist. Bestimmt das da drüben. Oha. Komm, Hutau. Ach, Hutau. Alter, geh doch einfach da hoch. So. So. Einmal. Göttlicher Windreiter. Cool. Eins von zwei. Das Geräusch. So. So. Da guck mal mal. Oh, das war dein Magen. Hahaha. Kann es sein? Hä? War das dein Magen? Nö. Ja, weil du gerade so geblubbert hast gerade. Bei dir. Hm. Oh, ich bin mir vorhin schon. Maul, ich bin mir vorst. Oh, das war mir vor. So. Ich bin mir vor dem 위chischen Platz. Ach. So. Das war mir. Oh, das sollte man natürlich nicht genau am Schwimmen. wieder rein schon beendet das heißt wir haben hier wir haben nur noch hier unseren dritte story aber ich brauche dafür jetzt erstmal vorher noch was zu trinken hätte ich heute auch beim aufnehmen und beim streamen glaube ich es mitnehmen solle naja egal ich muss nur in die küche laufen hast aus dem kühlschrank holen eis gekühlt dann gleich wieder da ja 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 Naja, ich will halt den kostenlosen Charakter haben. Ich weiß noch nicht, ob ich dann die Sängerin oder die Anwältin nehme. Ja, dafür habe ich dann Ningguang gekriegt. Hast du das Outfit eigentlich auch schon für Ningguang oder hast du Ningguang noch, Renate? Ich habe Ningguang, aber ich habe das Outfit noch nicht freigeschalten, was es hier bei dem Event gibt. Ähm, ähm, hallo? Ich hänge in der... Alter, ich hänge in so einem scheiß Zelt, ich verstehe. Ah, hier. Zum Glück habe ich die Sounds bei Genshin hochgedreht, also dieses, dieses, äh, Rauschen oder wie das heißt, wenn du irgendwo, was ich in der Nähe höhere tust. Ich habe, glaube ich, das Spiel hier nicht verstanden. Hm? Was? Oh, jetzt habe ich das Spiel verstanden. Gut, nächstes Laternen-Rätsel. Ah, das ist schon so. Beide ist Schiff. Ah ne, einfach nur ein Schiff. Ach, komm jetzt. So. Ach, komm jetzt, lauf. So. Doch, ne? Eigentlich schwören kann, dass das so richtig wäre. Also ich glaube, ich muss sowieso erst mal sparen. Bin gerade im Fliegen gewesen. Schön. Hä, ich hab's irgendwie auf einmal durchge... Oh Gott. Na ja, was machen wir, Tatma? Damit habe ich alle Sachen, die heute zu machen, sind fertig. 1.200 von 1.000. Ob man auch mehrere Charaktere wohl kriegt? Hm. Oh, genau die Dinger, die ich brauche. Weil ich Xiao weiter hochmachen will. So, hab ich jetzt noch genug Sachen für Dailies, aber keiner da helfen kann. Oder hast du noch Lust, ein paar... Mal... Klares Wasser und... Äh, äh, fälsige Dillen zu machen? Ben meinsch. Hä? Ben meinsch. Disch? Ich bin immer noch in der Story. Hätte immer noch nicht aufgehört, ey. Hallo, unser komplett Lanternfest für heute durchgespielt schon. Zwei, eineinhalb Stunden. Hm. Kann ich's machen, ja, weil ich hoffe, dass danach die Aufnahme auch viel fertig ist. Ja, weiter. Danke. Ich hab ja nix gegen die Story. Die macht schon Spaß zu hören, zu gucken, aufzunehmen, ne? Aber ich find's extrem krass lange. Nein, nix kommt noch was. Oh, man. Bitte, Niddle. Oh, ich kann vielleicht dann das Sieb mal ausprobieren. Wann ist 60, das sollte eigentlich noch gut nach was sein. Aber... Krio, Elektro, Hydro, Pyro. Das heißt, Pyro muss ich in den ersten mit reinnehmen und Elektro in den zweiten, Anemo in den ersten. Also Anemo und Pyro. Herausforderung starten. Anemo und Pyro. Da muss aber auch dann Chi noch mit. Zweite Hälfte Baidu. Machen wir den Traveler noch mit rein. Aaaaaah. Ember eher in die erste Gruppe noch mit rein. Und die zweite nehmen wir mal noch zwei Krio mit. Brrrr. Oh, Mann, oh, Mann, Mann, Mann. So, wo sind wir jetzt hin? Da. Sollen wir mal in die Mitte vom See gehen, okay? 17.30 Uhr. 17.30 Uhr. Ach, meno eh. Da holen wir das jetzt noch hier. Äh, ups. Da oben. So, Uhr umstellen. So, Uhr. Quack. Es ist schön, dass mein Angriff durch seine Verteidigung einfach durchgeht. Mama steht, da steht, äh, Xiao da oben auf dem Hügel, okay. Äh. Was ist das für eine dumme Frage, warum seid ihr hier? Was? Was? Äh. Das ist das für eine dumme Frage, warum seid ihr hier? Das war's für mich. Nee, das schaffe ich leider nicht in sieben Minuten. Wenn ich mir das halt jetzt angucke. Was sind sieben Minuten? Manche Multiplayer-mäßig oder was? Ich muss die Gegner innerhalb von sieben Minuten besiegt haben, aber... Na ja, wenn ich dazukomme... Das ist meines Letzten ein bisschen zu schlecht. Es ist ja mal so, wenn ich komme, dann hast du vielleicht in drei Minuten down. Kannst du nicht helfen? Echt nicht? Ja, dann viel Spaß, Oji. Abgang. Okay. Ja, gestärb mich mag ich sowieso nicht. Ist das, ist das, äh... Ist das das Laternenfest, das du machen musst, da? Die sieben Minuten-Dings da, oder was? Nein. Laternenfest habe ich fertig, gewundener Abgang. Hm. Aber ich habe die Aufteilung ein bisschen zu schlecht gemacht, deswegen wird das halt gerade nichts. Also, mit sieben komme ich erst mit mir. Mal nicht weiter, solange ich nicht noch einen guten Damage-Dealer habe. Mal nicht, wenn es gehen würde, wenn es gehen würde, bei Genshin, dann könnte ich dir nämlich meine Hu Tao ausleihen. Doch, echt, ohne Witz, wenn es gehen würde, weil dir macht nämlich gut Schaden. Ich weiß. Ah, genau. Da haben wir noch ein bisschen Gold mit. Gold braucht man immer. Also, meine Uhrzeit ist jetzt auch ein bisschen anders. Weil 20 nach, 20 nach 6, äh, so grubo es ist bei mir immer so bescheuert, weil ich will immer 20 nach starten und dann kommt irgendwie was dazwischen. Dann kommst du wieder 10 Minuten später und ach, ich habe jetzt einfach die Uhrzeit komplett geändert jetzt. Das ist gut. Deswegen habe ich noch nie gesehen. Ach, das ist dieser spezielle. Nein! Hä, wo ist die Belohnung jetzt denn? Die hier nach unten? Nein. Ach, Mann. Hallo, Kirito. Hallo. Jetzt hat man endlich mal wieder den Special Boss gesehen und dann kriegt man nichts. Wie geht's dir? Gut. Gut. Du bist auch schon wieder seit zweieinhalb Stunden am Stream, nach einem normalen Arbeitstag, der Nerven kostet. Warte, warum kletter ich hier hoch, weil das da unten ist? Ich weiß, was du da machst, aber es hört sich ein bisschen komisch an. Aua. Blöd ist bei mir gerade, ich habe eine Anlage aufgebaut, innerhalb einer Bestandsanlage, und jetzt funktioniert die halbe Anlage nicht. Dann gehen wir mal Ember rausholen. Dann gehen wir mal an. Gyeongchang, da ist ihr da. Warte, Kogito ist nicht. Wo war sie das? Ich hatte noch nicht hier, da war es hier. Kogito ist im Moment so viel ab. Dann kommen wir hier. Dann kommen wir mit uns zusammen. So, Nummer 4. Ah, hier sind die anderen. Sprich mit... Alter, was ist mit dem scheiß Internet los? Null Kilobyte, ey. Also langsam nervt es jetzt. 11.000, ja, wahrscheinlich. Könnt ihr irgendein Update oder irgendeine Wartungsarbeiten machen, die ich sonst kann mir das nicht vorstellen? Hast du erst 0 Kilobyte-Centstum im Stream und dann auf einmal 12.890 Kilobyte. Äh, ja klar. Also ich hatte bis jetzt, glaube ich, keine Probleme heute. So, dann schmeißen wir aus. Wir schmeißen den Luke raus. Feuer hat mit Feuer gekämpft. So, dann schau mal auf. So, dann schau mal auf. Also, dann schau mal auf. Oh, es hat ihn gepiext. Oh, es hat ihn gepiext. Oh, es hat ihn gepiext. Es hat ihn gepiext. Oh, 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 es hat ihn gepiext. Ah, das ist das neue schon. Das ist das Wichtigste. Das war's für mich. Wenn ich mich für die Reise bewegte, wenn ich mich für die Reise bewegte, dann muss ich mich für die Reise bewegte. Ich erinnere mich. Wie ist das? Ich bin in der Karte gekommen. Ich bin in der Karte gekommen. Ich bin ein bisschen zurückgegangen. Oh! Ich bin gerade bei der Karte. Was ist der Karte? Ich bin der Karte? Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich hab' gar kein Harz. Ich kann noch fünf, äh, Sphären machen, mit Angereicherten. Und da wollte ich eigentlich noch dann klares Wasser und felsige Höhle machen, aber allein ist es halt ein bisschen zu krass noch bei mir. Deswegen brauch ich da eigentlich jemanden, der hilft. Okay. Ich könnte noch machen, aber ich glaub nach der Story würde ich was anderes machen, ey. Denn hier brauch ich auch nicht mal die Feuerwehrkommel. Schleime fehlen mir noch ein paar. Oh, mir fehlen noch drei. Den könnte ich auf 80 machen, aber ich will den sowieso ersetzen, wie ich einen passlichen Feuercharakter hab. Sache, was ist der beste Healer in Genshin? Wie, wenn es der Kugel mit dem Geist kommt, was ich nicht so schnell war? Ich hab' dich auf. Also, dass der Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel gutter steckt. Wir haben den Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Ich habe mich für die Zeit in den Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Ich bin jetzt auf die Grenzen. Ich bin jetzt bei der Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Ich habe ihn mit den Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Ich habe ihn mit den Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Gucken wir mal, ob man die drei Stücke findet. Ich glaube, das ist hier eher nah. Hier ist so, Belling. Es kommt noch so ein epischer Kampf mit dem Drachen, ey. Dann, wenn er mal was besteigen soll, steigen. Ich komme noch von oben runter. Ah, ich habe irgendwann mal den ersten gesammelt, aber nicht den zweiten. Dann müssen wir da oben am Haus gucken, ob wir da noch einen finden. Ein. Zwei. Okay. Okay. Ach, nö, doch Kampf. Ah, da ist noch ein Haus. Und noch eins. Irgendwo müssen wir den noch mit Eis hin schon. Danke für deinen Lurk. Angel. Jetzt muss ich gegen zwei kämpfen. Was wollt ihr denn noch, ey? Okay. Alles zusammen, nur das nicht. Okay, der kommt. Nein. Nein. Oh. Weiß ich nicht, wann ich nächste Mal Rainful 60 spielt. Momentan spiele ich viel Genshin. Ich spiele auch noch einiges machen müsste. Ich spiele momentan gar kein Raderant. Ja. Im Moment habe ich jetzt wieder begonnen, auf meinem Minecraft-Server Sachen zu machen. Ah, komm jetzt du Drecksvieh. Und ja. So ist gerade mal aktuell der Stand, da muss man halt viel arbeiten. Ja. Man muss ja irgendwie auch sein Geld verdienen, um über den Tag zu kommen. Aber ich denke mir, so Wochenende wird sowas eher funktionieren. Wieder da. Also vielleicht wirklich gerade am Wochenende noch mal drauf ansprechen. Oh, komm, greif' jetzt an. Greif' jetzt an. Komm, komm, komm. Ach, Menno, ey. Da 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 da. Deine greift wieder an, ja. Das war jetzt leider etwas zu einfach. Ich hab Zhongli's Schildes, vergiss das, wenn keiner tausendmal schießt. Oh, das langt mich. Barbara... Verstärkung. Ja, ich brauch noch eine Kugel. Was können wir überhaupt an Artefakte machen? Da haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen was zu sammeln. Anlegen. Oh, besiegt endlich. Ja. Ich jetzt fertig? Ja? Bitte? Anlegen. Ja, hab ich noch einen hochgelevelten, aber... Angriff 7%, anlegen. Angriff 205, Angriff 10,5%. Anlegen. Äh... Was haben wir hier noch? Oh. Ehm... Oh. Anlegen. Wie, nur 578 Angriff. Ah, müssen wir es hier doch noch einmal machen? Dann aber gleich so, dass es auch lohnt. Hell... Soll ich mich? Oh, etwas 1919. Das stimmt. Obwohl es sich viel zu tun hat. Es wäre mir egal, dass es nicht untertitelt. Aber natürlich auch die Ausgabe zu helfen. Herr sagt es ein sehr, was es ein Schuss zu tun. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht bemerkt, dass ich jetzt ein Schüsse zu helfen. Ich bin mir sehr schön. Aber ich bin kein Mann, aber ich wollte nur die Vorwärmchen zu retten. Erstmal, um die Besucher zu beenden. Ich weiß, dass die Gefahr nicht einiges an. Die Elektro-Senschen hat natürlich ein bisschen mehr drauf als eine Standard. Die Elektro-Senschen hat natürlich auch ein bisschen mehr drauf als eine Standard-Senschen. So, jetzt. Nein, ich hab's doch richtig gehört. Ich hab's doch nicht so gut gemacht. Aber ich hab's doch nicht gedacht. Dann wäre es gut. Ich hab's doch nicht gehalten. Hm. Wenn ich mich so zu sprechen, dann würde ich mich so zu sagen. Das wäre gut. Danke, Schiene. Das muss nicht sein. Danke schön. Ja. jetzt muss ja alles lang auch menno Bum, 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 bum. Ja gut, hier fehlt mir noch was. Aber ich wollte ja die Waffe verstärken. Ich will auch weinen. Ich muss doch weinen. Hallo. Ich muss spielen, ich kriege hier kein Wein. Sag, Robos, geh doch mal rüber, bitte. Ey, das geht doch gar nicht hier, Alter. Hab aber auch kein Wein. Mann! Ich hab auch kein Wasser, ich hab das Einzige, was ich hier auf meinem Gamer-Tisch hier hab, ist Shampoo. Wer hab ich hier nicht? So, dann haben wir hier nochmal 20 Bücher mehr. Nicht mehr weit, dann haben wir die 50er halt. Jetzt muss ich ruhig, jetzt muss ich kurz ruhig sein, jetzt singen sie. Yun-Chin. Ja. 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 Um, um, um. Um, 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 um Das war so gut! Wenn du es geschafft hast, dann erzählst du uns auch die Führung! Es war gut. Und... ... und... ... du sagst mir mal. Nein, du hast es geschafft, dass du mit deinem Tod die richtige Führung hast. Du hast gewonnen, aber... ... dein Leben wird auch weitergehen. Ich glaube, dass du in der Zukunft von R.I.U.E.C.O.N. Ich denke, dass ich mich daran erinnern kann. Oh, danke. Ich habe mich auch für mich geändert. Wun-Sensei... Ich bin hier. Oh? Die... 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 So. An dem Haus soll noch ein paar sein... Alles klar. Beste Spruch, Sine. Alles klar, beste Spruch, Schiene. Wenn du den Rest des Weinzugs oder Scheine auslust, nicht mit der Nase oder den Augen austrinken willst, ist es besser, schnell zu gehen. Text ist da. Ist zwar ein bisschen unlogisch, aber okay, gut. Der Aussichturm. Ich bin fertig. Juhu, Aufnahme beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und würde sagen, ja, da geht die Story weiter, aber ich gehe zum Jagdepalast, aber ich sag mal so, wir werden jetzt da noch hingehen, tun uns das jetzt noch an. Also wirklich, also wenn ich überlege, eine Stunde 34 nehme ich jetzt auf. Plus 34 30 Minuten 50 noch draufgerestet, sind wir schon bei zwei Stunden und 20 Minuten oder so. Weiß zwar nicht, was jetzt kommt, aber ich gehe jetzt einfach mal da rein. Ähm, ich hoffe, da kommt jetzt irgendwie... Ja, ja, der macht betreten. Okay. Hoppa. Ich fliege einfach hier runter. So. Okay, was kommt jetzt? Oh, muss nichts drücken. Cool. Ach doch. Alter, das ist... Die Story hat immer Hauptüberauf. Das gibt's doch nicht. Dreihalb Stunden. Zuckrobus. Zuckrobus, dreihalb Stunden hänge ich jetzt hier in der Story. Nicht von wegen ein, zwei Stunden. Tja, als hätte man einen bändenden Vertrag mit Miho-Yu eingegangen. Ja, ja. Das ist eine neue Story. Das ist eine neue Story. Okay. Aktionshändler. Äh, alles klar. Okay, jetzt wird alles aufgeploppt. Ist okay? So, wie viele haben wir schon? Okay. Zwölf von zwanzig. Das machen wir jetzt nicht. Zurück, zurück. So. Ah, hier ist das letzte. Oh je, da habe ich wieder was zu tun. Das sind verschiedene Aufträge, okay. Gut, Leute, das sind andere Aufträge, aber die machen wir jetzt nicht, weil wir machen jetzt Feierabend, weil ich habe dann, das wird ja ewig gehen. Und wieder sagen, jo, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's so gut. Euer Sonisalz Gaming und euer Xokobos. Bis denn. Ciao. 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 If it's fake